Ein PR-Termin platzt dazwischen. Fotosession mit dem Schauspieler Horst Jansson, den Jasmine Smart gar nicht kennt und dem Pferde sichtlich unheimlich sind. Nachmittags, 15 Uhr, zurück im Stall. Die jungen Pferde warten, wie im Leben, so im Stall. Die Zukunft einer Beziehung entscheidet sich in den ersten Wochen. Deshalb überlässt Jasmine Smart ihre Tiere in dieser Zeit auch keinen ihrer Helfer. Sie wirbt um ihr Vertrauen, versucht ihnen die Angst zu nehmen, die womöglich aus ihrer Vergangenheit herrührt. Auch Timex hat wohl schlechte Erfahrungen gemacht. Jedenfalls wehrt er sich seit Tagen bei der Hufpflege vehement dagegen, sich am linken Hinterbein berühren zu lassen. Heute will Jasmine sich durchsetzen. Eine gefährliche Kraftprobe steht bevor. Nach den Vorderbeinen kommt jetzt das linke Hinterbein. Noch geht alles gut. Doch gleich kommt der entscheidende Moment. Heute muss sie es schaffen, sonst wäre die tagelange Vertrauensarbeit umsonst gewesen. In der ersten Position ist es unmöglich. Sit. Ah, 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 ah. Ja, ah, 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 ah ah, casi isto. War dieser Moment jetzt eine Kraftprobe zwischen dem Pferd und dir? Bisschen, bisschen schon, ja. Aber auch, er ist Angst, er hat Angst. So, er muss verstehen, dass auch er. Guck, wie calm er ist jetzt. Okay, finish. Samstag, später Nachmittag, noch drei Stunden bis zur Premiere. Der Zirkus legt Farbe auf, Schminken, letzte Kostümproben, Lampenfieber. Seit zehn Stunden sind Jasmin Smart und ihre Crew nun nonstop im Einsatz. Doch der entscheidende Auftritt kommt erst. Und die neuen Pferdegeschirre wollen immer noch nicht zurecht passen. Das Licht war nicht so gut im Zirkus, denn du musst mehr schminken an. Exaggerate. Jetzt, du kannst mehr natürliche schminken, denn das Licht ist so stark. Aber du siehst, speziell die alte Pferde, du siehst, sie sind in Show-Offs. Wie soll ich sagen, Show-Offs? Wenn sie die Probe machen, okay, sie machen Arbeit, aber wenn sie die Vorstellung haben, wie uns, wie Lacher, die Föder sind mehr Show-Offs. Sie sehen sich mehr. Wenn das ist, du weißt, was ist Show und was ist Probe. Die Vorstellung wird klar. Es wird gleich beginnen, aber Jasmin Smart hat noch viel Zeit. Erst kommen Clowns, Jongleure und Hochseilartisten. Und dann endlich die Pferdenummer, einer der Höhepunkte vor dem Finale. Als kleine Zirkusprinzessin ist sie ihrem Großvater, Billy Smart, in die Manege gefolgt. Sie hat mit Elefanten und Affen gearbeitet, sogar mit Killer-Walen und war ein gefragter Kinderstar fürs Fernsehen. Und sie hat den Oscar der Zirkuswelt bekommen, den Silver Clown des Festivals von Monte Carlo. Aber Premierenfieber hat sie noch immer. Noch eine halbe Stunde Zeit bis zur Garderobe. Vor drei Jahren war Jasmin Smart's Mann noch mit dabei. Auch er war Pferdeartist und sie machten die Show gemeinsam, bis sie sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Seitdem lebt sie lieber allein mit ihren Pferden. Für einen Mann hat sie keinen Platz und noch weniger Zeit. Wir warten zwischen den Nummern. Normalerweise, ich sitze, relaxe und trinke ein Glas von Wasser. Oder ich gucke ein bisschen Fernsehen. Aber ich kann nicht einen ganzen Film gucken. Ich habe 20 Minuten Zeit, bevor ich anfange mit den Pferden. Und ich kann ein bisschen ruhig sein. Ich habe 20 Minuten Zeit, bevor ich anfange mit den Pferden. Ich kann nicht den Pferden. Ich habe 20 Minuten Zeit, bevor ich anfange mit den Pferden. Es ist nicht jede Nacht. Als Elie, der erste Tag, bei ihr Pferd war, hatte sie viel Angst. Aber nicht von dem Glanz, sondern von dem... Von dem... Und wir müssen probieren mit dem Kostüm und alles. Die Pferde sind mehr Angst vor dem Geräusch. Ich muss immer versuchen, nicht nervös zu sein. Die Pferde fühlen das sofort. Und wenn ich junge Tiere dabei habe, dann... Ich muss immer... Ich muss immer das Gefühl, dass alles unter Kontrollen ist. Jill Bär! Der Muzzle ist falsch. Sie, wenn etwas falsch ist, ich muss schnell wechseln. Was? Otherwise... Okay. 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 Applaus Manege frei. Applaus statt Medaillen. Die Hohe Schule als Zirkusshow. Applaus Wie ist es hier? Er ist nicht? Guste 상태. Ja, das ist nicht gut. Aber es ist nicht gut. Aber es ist nicht gut. S trage. Ich würde auf jeden Fall sein. Ich würde auf jeden Fall halten. Ich würde auf jeden Fall sein. Die Freiheitsdressur als Märchen aus dem Morgenland. Jasmin Smart lässt ihre Hengste anfangs in der vertrauten Stallordnung laufen, Braune und Schimmel jeweils zusammen. Scheinbar spielerisch dirigiert sie die widerstrebenden Temperamente in gemeinsame Figuren. Dabei können die Pferde sie bei der lauten Musik kaum hören. Höchste Konzentration, Schwerstarbeit. Schwerstarbeit, Schwerstarbeit, Schwerstarbeit. Sinnern, Arny erp, fritz an erp, fritz an erp, fritz an erp, fritz an erp. Jajay, Jajay an erp, an erp, Jajay. Oh, brav! Ja, ja, ja! Das sieht das sieht aus, das sieht aus.